Hallo Leute, heute drehe ich mein dritter Vlog Hier Okay Nein Ja, vielleicht, wenn ihre Mutter ja sagt Weil mein Vater und meine Mutter haben ja gesagt Und jetzt muss Alex die Tasche weg Weil wir haben Vanessa verarrt Weil Alex, ich kann nicht, ich gehe runter Ich gucke, wo ihr Vater mit ihr Wir sagen, wir haben, ich und Alex Sind kurz zu Alex gegangen Und Alex hat so Sachen geholt Die Sporthasche, die Schulentasche Und da sind wir wieder zu meiner Seite Und jetzt gehen wir kurz zur Haltestelle Und gucken, wann morgen der Bus kommt Weil morgen brauchst du deinen Geburtstag Weil da auch Die sind lecker So sehr lecker Die sagen, das ist aber unermal, ne? Und Vorkant So Roberts Freund, ich weiß nicht, ob da die Freunde sind Vorkant hat mir einen Tipp gegeben Dass ich Vlogs nur so Challenge drehen soll Und ich und Vanessa und Alex gehen heute eine Challenge drehen Aber hier wird die Später Und ja, jetzt müssen wir kurz zur Buszeit stellen Ich muss gleich mein Handy aufladen Weil ich zwei oder drei Prozent habe Mal da, diese Gläser Die brauchst du ja noch, und die sind noch ganz Nein, die sind einfach eins mit in der Braust Kannst du mal kaufen Mal da, das ist alles Mal da, diese Leute Mal da, die Stühle Was Veагma Ach echt? Na ja, die Stühle Ich brauche Once Ein Amerikaner Z більwärm Und komm Jetzt Zum Glück hast du dein Handy nicht dabei. Nein, nein, von der Sonne. Ich hole mal einen Schlafanzug gleich, okay? Wo wir dann schlafen? Ich und Alex und du, zusammen. Du bist in der Mitte, okay? Oh, mein Messer. Morgen ist der Sonntag, genau. 47. Ja. Merkst du bitte noch? Fick mal meinen Mund auf. Oder, wo ging das denn? Ja. Ja. Ich hab jetzt in der Woche eine Leitz. Sind ja bei mir geschlafen. Ja. Oh. Ja, ein Schlafanzug. Und jetzt kommt es noch ein bisschen. Aber zerst ich glaube aber wenn man das schlaft ja aber meine Mutter so viele dürfen nicht beim schlafen ja viele dürfen noch nicht es schlaft es schlaft so viele schlaft schlaft das schlaft der